Guten Tag, willkommen bei Menz Kommunikation. Hier erarbeite ich seit 2000 Ideen, Strategien und Konzepte für die umfassende und zielgerichtete Kommunikation von Unternehmen. Meine Kunden unterstütze ich aber nicht nur konzeptionell, sondern auch bei der Umsetzung von Projekten. Das nicht hier, sondern am Ort des Geschehens, nämlich im Unternehmen selber. Kommunikation hat viele Facetten. Den Aufgabengebieten, denen ich mich widme, ist eines gemeinsam. Es wird immer etwas gemanagt. Beim Brandmanagement, beim Changemanagement, beim Krisenmanagement oder auch bei der Projektkommunikation oder beim Culturemanagement geht es immer darum, den kommunikativen Prozess im Unternehmen zu steuern. Und zwar mit zwei Zielsetzungen. Einerseits sollen sich die Mitarbeitenden des Unternehmens mit ihrer Firma, deren Strategien und deren Produkten identifizieren. Und andererseits soll sich das Unternehmen mit seiner unverwechselbaren Identität im Markt vom Konkurrenzumfeld abgrenzen. Ich sehe die Kommunikation eines Unternehmens als sehr effizientes strategisches Instrument. Um dieses Instrument optimal zu nutzen, braucht es mehr als nur ein paar Broschüren oder eine Werbekampagne. Es braucht ein planvolles Vorgehen, welches alle Bereiche im Unternehmen integriert, die mit Kommunikation beauftragt sind. Es braucht wenige, aber klare Ziele. Es braucht machbare Konzepte. Es braucht Strukturen, Prozesse, Richtlinien und nicht zuletzt auch differenzierende Inhalte. Man sagt mir, ich sei unkompliziert im Umgang mit anderen. Persönlich aber liebe ich Komplexität und Chaos. Natürlich, um diese zu bewältigen. Da bin ich so richtig in meinem Element. Das macht mir Spaß. Brauchen Sie Unterstützung? Ich bin bereit. Man sagt mir, ich bin bereit. Untertitelung. BR 2018